Warum wir nicht mehr, sondern weniger Apps brauchen Apple zeigte auf der WWDC 2017 einen kleinen Imagefilm für deren App-Entwicklung. In dem Video zieht ein neuer Mitarbeiter von Apple einen Stecker in einer Server-Farm, was zur Folge hat, dass sämtliche Apps auf den Smartphones auf der ganzen Welt gelöscht werden. Die Folge ist ein Apokalypse. Der kleine Film zeigt als Folge einer Apokalypse, wie die Menschheit ohne Apps und Smartphones im Chaos versinkt. Kinder schreien und weinen, weil ihre Spielprogramme auf den Tablets nicht mehr funktionieren. Autofahrer bauen massenhaft Unfälle, weil ihre Navigationssysteme ausgefallen sind. LKWs explodieren. Frauen laufen verzweifelt durch die Straßen und verteilen ausgedruckte Selfies, die niemand will. Ein ebenso frustrierter Mann versucht, seine Umwelt davon in Kenntnis zu setzen, dass er eine riesige Pizza ganz allein gegessen habe. Und der App-Store wird als ein verkommener, zwielichtiger Marktplatz ersetzt, auf dem fliegende Händler an mittelalterlich wirkenden Ständen Musik-CDs, Bücher, Karten verkaufen oder vermeintliche Schönlinge sich auf kleinen Balkonen als Lustobjekte anbieten. Tinder. Erschreckend anschlauliche Bilder, die zeigen, wie eine Welt aussehen würde, in der wir unser Online-Verhalten eins zu eins in die Realität übertragen. Apple ruft als Fazit die Parole aus, dass die Welt genau deswegen all die vielen App-Entwickler dringend benötigt. Die Welt zählt auf dich. Wie falsch diese Schlussfolgerung doch ist. Schon beim ersten Sehen dieses Videos stieg in mir ein sehr ungutes Gefühl auf. Denn diese Bilder lassen mich zu einer komplett gegenteiligen Schlussfolgerung gelangen. Schafft die Apps ab. Nicht nur, weil die Welt wirklich im Chaos versinken würde, wenn für mehrere Tage das Internet, Smartphones oder gar der Strom ausfallen würde, wie im Buch Blackout schön zu sehen ist. Sondern vor allem deswegen, weil dieser Film aufzeigt, wie abhängig wir von diesen Gegenständen und Dienstleistungen geworden sind. Kinder müssten persönlich betreut werden, anstatt sie an Tablets und andere Unterhaltungselektronik abzuschieben. Autofahrer müssten sich in ihrer Umgebung selbst orientieren und eine Karte lesen können, nicht blind den Anweisungen einer Computerstimme folgen. Man müsste sich für ein paar Musikalben, Bücher oder einen Film entscheiden und nicht immer alles und das gleich haben wollen. Und viele Menschen müssten sich, welche eine grausige Vorstellung, wieder mit anderen Menschen in ihrer Umgebung unterhalten. Sie würden ein reales, soziales Wesen sein und ihre heute leider akzeptierte und allgegenwärtige narzisstische Arroganz wieder verlernen. Mir zeigt dieses Video nicht, dass wir mehr Entwickler, mehr Apps und mehr Technik brauchen, sondern dass wir weniger davon bräuchten. Viel weniger. Wir sollten wieder lernen, mit Menschen zu sprechen, mit ihnen real und von Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren. Wir sollten verlernte Eigenschaften wiederentdecken und neu erlernen, Straßenkarten lesen, im Kopf oder auf Papier rechnen und so weiter. Wir sollten wieder dedizierte Geräte für wenige Tätigkeiten nutzen, Offline-Musikplayer oder Fotoapparate. Anstatt alles mit einem zu machen, welches uns bei allem ständig überwacht. Wir sollten wieder lernen, Entscheidungen zu treffen und nicht immer alles auf einmal, sofort und am besten kostenlos haben zu wollen. Aber warum sind wir so? Warum nutzen wir diese neuen Techniken in einem solchen Ausmaß? Warum machen wir uns so sehr abhängig? Ganz einfach. Weil es einfach, bequem und billig ist. Weil es uns vermeintlich den Alltag erleichtert, aber in Wirklichkeit diesen nur digital verhüllt. Wir versprechen uns von der Nutzung mehr Komfort und ein einfaches Leben. Dabei würde der Verzicht auf einen Großteil der smarten Geräte und Apps unser Leben wesentlich einfacher gestalten. Und wenn dies nicht der Fall ist, so beschäftigen wir uns trotzdem wieder intensiver mit den Dingen, die wir gerne nutzen. Ich muss mir bei all diesen Dingen natürlich auch selbst an die Nase fassen. Ich war lange jemand, der bei dieser Entwicklung ganz vorne gelaufen ist. Mein Smartphone besaß ich bereits, als Apples iPhone noch gar nicht in der Entwicklung war, nämlich 2003. Das war ein Nokia 3650 mit Simion S. Diese Geräte waren damals zwar auch smart, aber komplett offline. Erst seit etwa einem Dreivierteljahr lerne ich die Vorteile des Verzichts auf smarte Technologien wieder kennen und schätzen. Ob es Musik auf Minidisc ist oder eingeschränkte Nutzung des Smartphones. Gerade Letzteres hatte in den vergangenen Wochen vor allem im Hinblick auf den Datenschutz eine große Relevanz in meinem Leben bekommen. Aber dazu vielleicht später mehr. Jetzt würde mich nur noch interessieren, vielleicht hast du ja auch bei diesem Film ähnliche Gedanken und Gefühle gehabt oder bist du anderer Meinung? Kannst mir einfach einen Kommentar unten reinschreiben. Ich bin gespannt, ob ich einfach nur übertreibe oder ob meine Gedanken zu diesen kleinen Imagefilmen doch nicht ganz so falsch sind.